Hallo ihr Lieben! Am 10.10.2020 findet in Berlin am Adenauerplatz ein Schweigemarsch gegen die Corona-Maßnahmen statt. Der Startpunkt in Berlin ist um 12 Uhr. Von Neubrandenburg aus organisieren wir einen Bus, der nach Berlin fährt. Treffpunkt in Neubrandenburg ist das Busrondel am Reitbahnweg. Der Reitbahnweg hat den Vorteil, dass man dort sein Auto auf dem Parkplatz kostenlos abstellen kann. Die Abfahrtzeit von Neubrandenburg aus ist 8 Uhr. Der Bus hält in Neustrelitz und würde nach Absprache auch Leute aus Fürstenberg und Gransee mitnehmen. Der Preis für die Hin- und Rückfahrt ist auf 20 Euro angesetzt. Die Rückfahrt von Berlin nach Neubrandenburg ist 16.30 Uhr. Wer Interesse hat und sich anmelden möchte oder wer weitere Fragen zu der Bustour nach Berlin hat, wendet sich bitte an diese E-Mail-Adresse oder Handynummer. Die Kontaktmöglichkeiten habe ich euch auch in der Videobeschreibung hinterlegt. Lasst uns wieder gemeinsam nach Berlin fahren, damit 500.000 Augenzeugen davon berichten können, dass nur 17.000 Personen anwesend sind. Wir fahren nach Berlin! 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 Wir fahren nach Berlin!